Das nächste Video ist RATED P Das bin ich Was denn lieber nicht rein sind Oder solche Vertreter So Die Baustadt Was ist die Idee? Du hast nicht zufällig ge... Naja, haste wahrscheinlich nicht Was denn? Was denn? Äh... Ich wollte Leitern ha... äh, Leitern sag ich schon Ich wollte Treppenstufen haben Ne, hab ich leider nicht Das ist ganz gut, ich bin mal auch grad fertig Ach du Scheiße, haben wir jetzt plötzlich viele Kabelstunwurz Huch Kommt aber plötzlich, du Ja So Die Sorten reichen, die zwölf Stück Geh mal wieder hoch Ach du Scheiße Steht ja auf einmal ein Baum drin Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ne, muss ich sagen Das ist gut Das ist... Das war zu hoch Warum ist denn hübscher ausleuchten hier? Oben bei mir klopft einer, könnt euch mal bitte drum kümmern, ich kann grad nicht, bin beschäftigt Ja, ich geh los Ha, ha Hübscher 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 Was ist so schäbig? Hehehe. Hehehe. Boah. Mach ich das so, oder? Ja, ich mach das jetzt so. Hier sollte ich vielleicht auch erstmal die Dinger hinbauen. Ein zu weit. Ey, du satanis. Ähm. Ey. Warte mal eben, ich muss hier eben sowieso. So. Okay, jetzt sagst du raus. Ah, was hab ich denn da gemacht? Ah, ich... Ah, das war der, der ich als erstes gebaut hab. Ja, das sieht interessant aus, was du hier machst. Danke. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einen tieferen Hintergrund haben könnte. In Sadomaso mäßig, ja. Ich will ja einen Dreadstone Fackeln machen, Alter. Ey, ne, ne, was mach. Okay, du machst das. Was, brauchst du noch irgendwas? Fabi, geh gucken. Was denn? Was ich hier gebaut hab. Ach so, okay. Oh Gott. Oh Gott. Dann wir doch mal. Ich würde jetzt interessieren, ob das hier gut ausgleichen ist im Dunkeln. Ah, die Tür. Ach, schauen wir doch mal, was der Karsten da gemacht hat. Mal gucken, ob es ihm auffällt. Ich sag erstmal nichts. Boah, da oben ist Glowstone. Das ist cool, das gefällt mir. Ja. Sehr schön. Aber lass den Baum hier wieder machen, Karsten. Du hast echt Quatsch gebaut hier. So, besser. Und was willst du hier reinbauen? Hm? Was willst du hier reinbauen? Äh, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Da guck ich noch mal. Aber nicht ran! Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Ich bin zu klein. Der kam mich doch an. Was hast du? Nicht. Voll los. Du bist ja wirklich zu klein. Sogar in Minecraft. Okay. Ich geh mal eben gucken, was die... Was die... Was die noch... Da? So. Fabi muss jetzt hier ausrichten... Äh, ausrichten soll ich schon einrichten. Ausrichten, ne? Dann mach ich doch mal. Dann richte mal aus, ne? Passt so. Nein. Ähm. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich mir das andere Wolle-Trail da hängt. Wahrscheinlich bin ich mir zu Hause. Doch, da haben wir... Gucken wir. Was ist das hier so dunkel? Ich hab zu wenig Thron. Fünf reichen nicht aus. Oh nein! So. Gucken. Gucken. Na ja, da wird überlegen hier. Ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir von außen mal gucken, das sieht zu langweilig aus. De-de-de. Da hat ja ganz viele... Oh meinet. Und damit, muss ich das machen. Doch. Doch, das brauche ich. Düm-tüdüm. Fünf. Düm-tüdüm! Was? da gehen wir doch mal durch vielleicht beide nimmt eigentlich auf karsten ja nein ich weiß auch noch so genau auch noch holz oder sowas eigentlich nicht obwohl doch ich kann holz gebrauchen ich hab noch 30 wo bist du im turm ich wollte immerhin hin luschen ein schönes feld laufen das alles toll aus komme ich zu euch ich habe die befürchtung dass es hier alles irgendwie bald anders aussehen wird meinst du ja ich weiß aber auch nicht warum das denn hat böses vor ich weiß gar nicht woran man das merken kann ich habe böses vor nein wie bin ich da runter geflogen ich bin gesneakt ist nicht viel aber mehr als nichts das sieht ja hässlich aus muss ich präventivschlag machen präventivschlag ja was willst du machen präventivschlag ok aber auch hier mal ein schwert das lass ich dann mal lieber das bringt dir eh nix fabian das gewisse etwas ist sicher verwahrt wasser eigentlich ist noch ein loch drin gott hat der creeper ne lange zunge ja ne oh krass was man damit alles anstellen könnte ja heftig fabi du hast nicht zufällig gerade auch holz im inventar doch was hat das ihm dann gerade gegeben die sohn jetzt was sie jetzt jetzt brauche holz ne wo bist denn du hier drin hier wo komm ey toll oh man ich könnte jetzt er könnte sich jetzt gerade richtig hart ein das weiß er ja sag mal mögt ihr unser unser haus eigentlich natürlich ich liebe es über alles ist wirklich so ich mag das echt gerne war noch beschaulich das ding da von euch sieht aus wie ein observatorium das glaube ich nicht das ist ein missverständnis das wäre doch schade wenn da irgendwas passieren würde ganz deine meinung aber keine sorge bevor ich nicht meine sachen verzaubert habe passiert hier gar nichts wenn ich die aktie und durchziehe dann klopft er mir eh zu Tode ob ich es überlebe oder nicht pfff pfff ja ich weiß jetzt den lukossov woher hast ja du kannst es dir ungefähr denken vielleicht ja ich kann es mir ungefähr denken es ist nichts gutes wegen präventivschlag oder dann das ist doch bis in man dann an sich wie das aussieht. Hey, da kommt ein großes Fenster rein. Ja. Sehr cool. Ich mach mal die Türen auf. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Dekoration drumherum. Das ist schön. Auf einer Ebene. Ich glaub, das mach ich auf den anderen auch nochmal. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. Hi. Oh, wie wird. Bild. Ich hab schon in die Hände. Gar nicht genommen. Ganz ich bin verwirrt. So. Nein, nicht da unten. Autsch. War das Fabi? Nein. Ich bin unten und arbeite. Ich bin im Nähte. Ich muss kurz was holen. Hier? Ja natürlich. Hast du denn die ganze Zeit, Alter? Welche Sachen?! Von dir hier habe ich nichts zu tun? Geheimcremerei hier. Du hast hier ja nichts zu tun. Ich bin das nicht so toll. Er will sich halt nicht an unserer Arbeit hier beschäftigen. Ja, ihr seid doch fast fertig, was soll ich denn da noch machen an dem Drecksting? Alter. Er hat das beleidigt. Das ist voll hässlich, Fabian. Das ist voll hässlich, Fabian. Mein Kind. Voll die Fresse, ja. Ja, mache ich. Ich zünde jetzt dein Haus an. Ach, schau mal. Keine Sorge, es brennt nur gut. Carsten, das ist dein Fußboden. Zum Teil. Ich weiß. Ich weiß. Aber ab geht doch zum Teil. Lass dir nicht von meinem Haus eigentlich noch behalten. Ja? Ja. Okay. Ach du hast noch ein paar Pfeiler in dir stecken Ich weiß Das Skelette Autsch, schon wieder runtergefallen Ich liebe es runterzufallen, es macht so einen riesen Spaß Ja ist natürlich ein bisschen doof, ne? Alter, was hast du jetzt vor hier? Was denn, nix? Ich brauche Bücher Alter, du bist unsichtbar Ja na und? Was hast du dazu sagen? Nichts Ich brauche Bücher Ich weiß gar nicht, was du mir vorwerfen willst hier Verdammt, ich habe echt ein paar Pfeiler in mir Schon scheiße, ne? Ja in der Tat Muss ich erst mal überwachen hier Fabian, Überwacher Was ist das für dich? Es ist das für dich? Und das ist das für dich? Vielen Dank.